So, immer noch Sonntag, letzter Tag, der Inter-Tabak. Lass mich noch mal gucken. Läuft, alles gut. Ein Video lag mir am Herzen. Das wollte ich unbedingt noch machen, weil ich bleib dabei, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich mache solche Dinge nur von Produkten, die ich ganz klar empfehlen kann. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt eine ganz klare Empfehlung. Für mich, vielleicht nicht das Allergeilste vom Produkt, aber wenn man Preis-Leistungs-Verhältnis anschaut, kommt jetzt eine ganz glasklare Empfehlung. Für mich persönlich wird das meine neue Alltags-Zigarre. So, I said hello to the guys. I'll introduce you later. And I told them, if they know me, they know I'm doing only videos from products that I'm very convinced of. And I really wanted to do this special video, because you brought something to Germany, something new. I am so happy to have a cigar like that. It may not be the most expensive and luxurious cigar, but it's price-wise one of the fairest cigars that I know. So, it's the perfect all-day or everyday cigar. This is the port. Wir haben ja also, so I'll do it in English first. So, let me introduce to you, I made a video with him last year. This is Ram. Let's keep it simple, because it's not that easy for us to say the name in right pronunciation. This is Ram. Ram is the owner of El Artista, of the cigar brand El Artista. And Ram, you are also a farmer, or how do you call it? You grow your own tobacco. Yes. I've been there, and people have seen it in my videos. I was surprised. It's a huge, huge thing there. I thought, well, there'll be like one or two acres of tobacco, but it's much, much more. So, let me translate it first. This is also Ram from Dominican, from the Dominican Republic. I have it for you last year. Ram is the owner, the owner, the owner, behind the cigar brand El Artista, which is still relatively new. We have the first two series, the Exactus. We brought the Exactus last year, and many people like it, and Ram baut aber auch sein eigener Tabak an. Er ist Farmer im großen Stil. Er hat in Spitzenzeiten 1100 Angestellte. Wenn ihr meine Videos letztes Jahr Dezember gesehen habt, wo ich auf der Farm, auf der Plantage von ihm war, das war so viel Tabak auf einem Aufrass, never seen. So much Tabak on a single point there. It was like under the roof, it was overwhelming. That was really, it was, and Ram, Ram macht also auch seine eigenen Zigarren. Und jetzt hat er was mitgebracht, wirklich was mich umgehauen hat, weil es die perfekte Alterszigarre, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist so fair. Ja, let me tell them the story. You gave me this cigar with another label last year, and you did it for the US-Market only. And I said to him, we need to have that cigar in Germany. Ich habe ihm also erzählt, er hat das letztes Jahr mitgebracht, da sah die Zigarre ganz anders aus, die hat er nur für den US-Market gemacht, und da war ich so begeistert, ich habe gesagt, wir brauchen diese Zigarre in Deutschland. Ich habe mit Klaus Kleinlage, dem Importeur, schon verhandelt, ich sage, die muss kommen. And this year, you came here, and I was surprised, because I didn't know. Er kommt also dieses Jahr und hat mich überrascht. Das ist die neue Zigarre. Maybe we'll show them the box of that cigar, talk about the name. It's called, you're going to say the name in the right way. Yes, so the name of the product is Simajrón. It's a very good cigar, handmade in the Dominican Republic. It has tobacco from all of our farms. We also grow tobacco in Ecuador. The wrapper in this one is Corojo from Ecuador. It's grown by ourselves as well. It's an excellent cigar, a medium body. It's something you can smoke at any time of the day. And I'm pretty sure you guys are going to like it. The best thing about it is, our company, actually our main business, has always been tobacco trading. We do a lot of work and grow a lot of tobacco on the island and in Ecuador. And we are able to keep the best part of the crop just for ourselves and make such good cigars in a very good price for the consumer. If you smoke one of our products, you are smoking something that is coming directly from the cigar tobacco grower. It's made with a lot of passion in a family business that has been in the markets in 1956. It's a great tobacco. I'm pretty sure you guys are going to enjoy it. This particular line, the Simajrón Colorado, is exclusive for Europe. So only in this part of the world you're going to be able to enjoy it. So you're also in Ecuador, you? Yes. You're tobacco there. Yes. We grow around 800 acres in Ecuador. We have operations over there. There we mainly grow and do the first curing and sourcing of the tobacco. Then we ship it to the Dominican Republic where we do all the final fermentation and classification of all of them. And the big advantage is that he also sells a lot of tobacco, but the best is of course for himself, for his own product. So you sell tobacco also, but you keep the best for your own product. Yes. So, you can see that. And now I'm talking about the best thing of the cigar. No, not the best, but one of the biggest advantages is the price. Yes. It will be sold here for like... This one, the double toro, is going to be for... for 7,60. We also have it in total for 7,40 and the Robusto 7,20. So it's a great cigar that you can smoke at any time. Show me one of them again. So the big, that's really a real brummer. 7,60. 7,20. It's about 7,20. It's about 7,20. It's about the perfect old cigar. You have to try it guys. This is an outstanding cigar. I found out many of them here on the show. And all the people have said that it's wonderful. The hammer. I told them I gave a lot of your samples out to the speakers here. Und sie waren sehr begeistert über dieses Produkt. Ich denke, dass es sehr erfolgreich ist. Lass uns mal zeigen. Lass uns mal zeigen. Einige von den anderen Sachen, die du machst. Ich habe euch erzählt, letztes Jahr ist er mit der X-Actus auf dem Markt gekommen. Es war ein bisschen anders als letztes Jahr. Es ist so. Das ist die X-Actus. So sieht sie jetzt aus. Ich mag es besser. Danke. Es ist besser. Es sieht besser aus. Ja. So, wir haben ein paar Veränderungen, um es zu adaptieren. Wir haben auch ein kleiner Box gemacht. So es kann sich in alle die Stores, die unsere Produkte bereits haben. Die Präsentation ist mehr renoviert. Es ist mehr fresh, mehr modern. Wir haben viele Traditionen auf dem Moment. Das representiert die Tradition unserer Firma. Es ist ein guter Produkt. Es kommt in Connecticut. In Maduro, in Connecticut, ist es mild bis zu medium. Und in Maduro ist es medium bis zu full. Was ist so speziell bei der Maduro ist die Fermentation Prozess, die wir für die Wrapper machen. Es ist eine Wien-fermented Tobacco. Wir machen es so. Weil die Wien-sugur aus dem Wien helfen die Tobacco zu erhöhen. Und es wird ein bisschen mehr dunklen. Und es hat auch ein bisschen mehr taste in den Cigar. Und das Exaktos ist etwa 6 Euro? Ja, es ist 6 Euro für den Robusto. Also eine wirklich geile Preise. Und das ist das, was du erwähnt? Ja. Das war das erste Produkt, die wir zum Markt gebracht haben. Wir fühlen uns sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und es wird auf diesen Preis weitergehen. Und Leute, wenn die Toro, die bereits ein großer Produkt ist, nicht gut genug für dich? Also können Sie auch hier kaufen. Ich habe das Robusto auf den Seite, so dass Sie die Unterschiede können. Das Cigar ist komplett smokable. Es ist eigentlich mit dem gleichen Blende wie die Regular Lange. Es kommt in Maduro und Connecticut. Es ist eine sehr gute Smokung. Es dauert lange, die ganze Cigar zu machen. Aber es ist komplett smokable. Es dauert 4,5 Stunden, auf average. Wir haben jetzt ein Rekord. Ein Mann in Colorado hat 59 Minuten und 30 Sekunden. Oh mein Gott. In unter 1 Stunde. In unter 1 Stunde. In unter 1 Stunde. Und er ist alive. Der Name ist SuperColosso. Also der Name ist der Programm hier. Ich meine, es ist... Er erwartet nicht, dass du es jeden Tag zu smokern. Aber vielleicht wissen Sie, wenn Sie die Smokern und nicht wissen, was Sie für den Geburtstag geben können. Es ist wirklich gut. Es ist ein schönes Gerät. 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 Es ist 45 Euro. 45 Euro. Und nicht vergessen. Ein Kohiba Talisman ist 1.10. Und es ist der gleiche Preis. Ja. Das ist cool. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Michael Braunscholz. Noch mal, wie gesagt. Ganz klare Empfehlung. Vor allem die Cimarron. Geile Zigarre. Real top cigar. I'm happy you brought it to Germany. I'm very happy too. I'm sure it will be a big success for you. Thank you. And I actually own that to you. Because when I brought it last year, it was just to share the cigar. Because I also believe that it is a great plan. And this guy right here is the one that pushed me to the limit. Saying like, hey, you need to bring it. You need to... German smokers deserve this cigar. This is something so good that everybody should try it. And thanks to him, you know, I got the inspiration to do it. So thank you very much. And you will be proved it was the right decision to make it. Alright, thank you. Thank you very much. Bram, thanks for the interview. Thank you. Hope to see you again next year. Yes. Or maybe in December in the Dominican again. Oh, that's exciting to be there. Leute, nochmal El Artista Cimarron kaufen. Ausprobieren. 7,20€ bis 7,60€. Eine der geilsten neuen Sachen, die hier gekommen sind. Perfekte Alltagssigarre, wenn ihr was sucht, was man jeden Tag auch zweimal kaufen kann. El Artista Cimarron Super Cigar. So high high. Bye bye.